willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsen und ihr habt ja im titel gesehen fluch ist vorbei fluch ist um ich weiß nicht ob ihr es auch so kennt aus euren clans es gibt immer irgendeinen fluch den man so die ganze zeit mit sich trägt und ich glaube unser flug war ich einige sind sich nicht ganz sicher aber ich bin mir ganz sicher dass unser fluch immer der siebte klankrieg war beziehungsweise nach sieben gewonnenen klankrieg der achte klankrieg und das ist jetzt endlich endlich um wir haben hier oben mal eine acht stehen kaum zu glauben aber wir gehen mal in unser krieg kriegs lockt rein in das klassische kriegs lockt und da werden wir sehen dass wir schon mal vor ein paar tagen von paar tagen ist gut also vor 135 tagen so weit geht das ganze hier zurück und ich kann mich daran erinnern dass wir davor auch immer nur sieben nach sieben siegen raus waren auch die siege ich glaube es waren einmal einmal war es ganz ganz knapp dran das war diese periode hier das sind auch genau sieben stück auch hier haben wir den achten dann also leider verloren ist wirklich wirklich schade und hier waren es mal sechse aber ihr seht dass unser lock ist eigentlich immer noch ganz gut auch wenn man ein paar rote einträge dazwischen haben aber dieses mal hat es funktioniert gegen ein champion 1 clan übrigens die bangladesch bataillons waren sie waren nicht schlecht sie waren gut aber am ende hat es dann doch gefehlt und ich wollte die folge eigentlich erst anders benennen aber sie dass hier das hier endlich ist mit zwei stern teilweise ja paar tunak sogar nur mit einem stern belegt worden ist und der bürger sie ist glaube ich einer unserer ist der bürger sein zwölfer ich glaube er ist einer unserer kleinsten zwölfer ja aber trotzdem schon starke base hier und xarak ist gelegt worden und hellsborn auch das sind unsere kleinsten zwölfer im moment danach haben wir elfer und man hätte die folge auch irgendwie nennen können es gibt sie immer noch ja es gibt sie immer noch und zwar solche accounts hier wo man eigentlich meint warum machen die leute das eigentlich noch ich meine wenn die die gegen uns in den krieg ziehen dann werden sie sicherlich kaum auf so ein gemätsche treffen was sie selber sind also mit einem bogenschützenturm und einer kanone an er hatte zwei bogenschützentürme und er hat sogar drei hammer er hat sogar vier donnerwetter hat er vier ja auch hat sogar vier stück dann weiß ich nicht ich meine das ist jetzt auch nicht der überkämpfer 890 sterne er hat ja nicht immer neuner als sein gegenüber oder ein achter oder zehn sondern bei uns war es ein lupenreiner elfer mit ein adler und oder beziehungsweise ein zehner war es aber dennoch ne es waren elfer ne es war ja die laura ist auch rathaus elf also ja da weiß ich nicht auch ich glaube ich glaube diese accounts waren auch noch so hier seht das keine infernos kein adler und für jemanden wie den schiquari hier ist das natürlich ein gefundenes fressen aber ich habe noch trotzdem ein paar echt leckere angriffe für euch denn einige waren wieder muss man mal so sagen echt sehenswert und jetzt muss ich mal eben schauen ich glaube dies hier ist zwar ein dip vom hellsborn aber er hat selber gesagt du ich bin auch gerade mal so rathaus zwölf und da ist es ihm lieber wenn er drei sterne holt da ging es dann mal wieder rum reservierte basis wo steht ein name dran und ja manchmal hält man sich dran manchmal hält man sich nicht dran und der hellsborn ist ja jemand der hat der hat dann lieber drei sterne gemacht ist dann auch in ordnung als kleinster rathaus zwölfer hier ihr seht das mit 53er queen 21er worden und aber schon mal den bett spell sehr sehr hoch und fandet jetzt also ist ein pecker bobert beziehungsweise heißt das bobert ja so heißt das glaube ich mit dem bett spell dann zum finish und wir gucken mal wie er hier reingegangen ist ich habe auch noch nicht alle angriffe gesehen dafür habe ich in den letzten tagen viel zu viel ck angriffe gesehen muss ich sagen um das alles immer zu behalten was willst du eigentlich machen was willst du eigentlich zeigen aber ich denke mal angriffe sind euch lieber als dass ich jetzt irgendwo basis zeige wo ein paar engine sie immer noch meinen sie sind die überhelden wenn sie ihre sachen nicht alle bauen und ihr wisst selber wenn wenn ihr engine seid und wollte das dann abstellen dass das dann erstmal auch ein bisschen dauert also da muss man dann auch ein bisschen bisschen muße an den tag legen und da kommen die bett spell schon schön über den beziehungsweise die werden eigentlich hat ein bisschen glück gehabt hier dass sie so ein bisschen weg gepustet wurden nach nach außen hin und jetzt kriegt er hier da aber noch die luftabwehr raus die luftabwehren sind aber in dem fall eigentlich egal wichtig waren natürlich die pecker truppen vor allen dingen auch außen in der mitte jetzt noch queen da ist natürlich jetzt kein rathaus was jetzt unbedingt hoch geht also kein rathaus 12 was also nicht verteidigt sondern das rathaus 11 verteidigt ja nicht was jetzt ein bisschen hinderlich war ist sicherlich der x bogen die ganze zeit leider auf dem wort ballert aber auch der hat auf 21 schon ganz schön viele hill points also treffer punkte die queen müht sich hier in der mitte ab ist aber noch zündbar und auch sehr sehr spät habt ihr jetzt gesehen sehr sehr spät die worten auch erst mal genommen das heißt er hat noch mal alle truppen außen in in die unverwundbarkeit gebracht und die queen nimmt sich jetzt endlich des x bogen sein aber danach hat ihn mit dem ausgang hier nichts mehr zu tun denn die wird nur noch eine mauer nach der nächsten waren das könnte ein bisschen der rein für euch das könnt ihr sehen jetzt merkt zuerst mal die mauer und hier hinten geht gehen jetzt natürlich die sachen weg wo sie noch ankommen hätte können also musste die nächste mauer machen und außen das war super super eng vor allen dingen von der zeit wer genau darauf geachtet hat war das eine echt ja das war eine punktlandung so wie ich das mal sagen ein bisschen macht sie doch noch sie machte die kanone aber jetzt wieder eine mauer und die mauern dauern aber das war echt eine punktlandung hier und aber alle 45 pecker namen sind das haben wir überlebt denn da kam noch welche aus der karre glaube ich aus fiat er selber dabei gehabt so wie ich das gesehen habe ja vier dabei und ein im gepäck also echt starker angriff hier sagen wir mal frisch 12 auf 11 so muss man es ja mal besagen und jetzt muss ich mal eben in mich gehen wo wir hier noch was cooles haben doch der bürges war sie der bürges war sie ja und zwar kopierte angriff kopierte angriffe das heißt hier war schon ein angriff drauf und dann kommt dann jemand so einer wie der eyewitness und sagt macht macht die 15 mal genau so nur das und das anders nämlich für die ecken toll test als für die für die ecken toll tesla für die toll tesla in den ecken einfach ein loon mit einplan und dafür drei hocks weniger hat er gemacht hier wir gucken mal mit machtrank geht er hier durch also auch hier wird alles gegeben um die siegesserie jetzt auszubauen bzw um sie überhaupt erst mal zu bauen war schon sehr sehr knapp muss man sagen auch der gegner hat oben auch in zwölfer gedreiert bei uns aber ich glaube dass das blieb dann auch bei dem ein und dementsprechend er habe im oberen bereich viel viel besser abgeliefert diesmal ich war eigentlich ganz ganz gut zufrieden mit meinen angriffen ich habe mal wieder leider so spät angriffen dass ich nur noch prozent schäffeln konnte aber dass das ist das ist mir dann auch gelungen das heißt also irgendwann kommt man natürlich ins spiel und sieht oha wir haben ein bisschen wenig prozent und dann gibt dann gibt es die order mehr prozente toto und egal welche base dann dann guckt man natürlich wo sind so 60 70er drauf wo kann es noch vielleicht sogar drei sterne reißen und das ich bin ganz ganz gut zugange auch mit rockrider also mit sui helden oder aber auch mit einer heilenden queen und dann den hoggies also auch verschiedene taktiken vor allen dingen hat das hier bei denen gut geklappt denn oftmals waren hunden mit drin und ein baby drachen und der hund der stört jetzt bei den rockrider angriffen nicht wirklich aber ihr seht das hier wie weit der slammer für einen den noch kommt und jetzt haben wir noch ein bisschen die fans aber clean up hatte auch reichlich mit eingeplant dass er sehr gut das sollte die auch immer machen nicht dass ihr alles in rockrider rein gibt in der in der hoffnung die machen dann alles am ende und dann schaffen dies dann schaffen dies doch nicht und du hast kein clean up mehr in der base das heißt also um die restlichen sachen hier abzuräumen aber das hat er jetzt gehabt und er hatte auch noch mehr rockrider glaube ich in der base mit drin jetzt in der in dem slammer und jetzt muss noch der der gegnerische king erledigt werden machen die das noch da ist noch in der mitte ist auch noch magier und auch die welpen das ist eine ganz enge kiste mann 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 ich sehe gerade das war doch enger als erwartet weil der lavahund noch mal aufgegangen ist natürlich sehr ärgerlich aber noch mal 8 hocks mit im gepäck hat er gut gemacht hier denke ich mal und wir gehen ein bisschen weiter nach oben denn auch daher wir haben natürlich jetzt nur noch zwölf auf zwölf kämpfen hier aber ich muss mal schauen die 6 hier die 6 war ein absoluter overkill vom juli hier kann man nicht anders sagen die base ist aber auch ein bisschen komisch viele werden sicherlich von unten reingegangen um erst mal die helden zu erledigen denn die waren da drei stück auf auf dem fleck hat er sich gedacht mache ich aber nicht und ihr könnt das sehen von wo er hier rein kommt die helden sind ihm unten egal er hat zwei skelettsauber dabei dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen näher reingehen wann er die nimmt denn die sieht man auch sehr sehr schlecht also hier erstmal über die lange gerade seite auf also 9 uhr 10 uhr in die base gekommen nur mit helden also sowie helden hier sowie heißt immer man schickt die helden in den suizid das heißt also in den rechtssicheren tod und keinerlei anderen sachen dabei er hat jetzt hier den den king um die mauer aufzumachen damit die queen noch richtung rathaus läuft ist natürlich wirklich cool nur mit den nur mit den helden dass sie zu machen okay ein bisschen vorarbeit haben natürlich die pfanne truppen geliefert aber er bekommt jetzt noch den entfernen raus und er bekommt glaube ich auch noch das rathaus mit seiner queen die zünder jetzt auch ein paar mehr truppen in der base und hat da natürlich die die queen wie heißt das affinität nähe nicht 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 affinität die die queen da war ich gerade aus dem bruder queen fähigkeit mensch toto queen fähigkeit aber jetzt müssen wir hier ein bisschen näher reingehen denn irgendwann da haben haben schon einige truppen die falle ausgelöst die tornado falle und jetzt gucken wir mal die queen darf nämlich eigentlich nicht mehr da kommt der spell jetzt hat man gerade noch so gesehen denn die queen springt gerne auch noch mal über eine mauer aber die truppen unten am boden beschäftigen die queen und machen die jetzt auch weg ihr seht vielleicht gerade noch so die skelette in ihren uniformen beziehungsweise in ihren schilden die jetzt die clan book hier weg machen so richtig viel doch die machen eigentlich schon ganz guten schaden da sind jetzt noch mal richtig in eil und okay aber er hat jetzt reichlich welpen drin und so ja ich will mal sagen auch hier kleiner overkill mit den ganzen vielen loons am ende denn auch hier ist der slammer durch die gesamte base gefahren also auch schon krasses teil hier auf die nummer 6 3 auf 6 da sind wir dann schon im etwas oberen bereich wo es dann schon schwieriger wird drei sterne zu holen aber hat er gut gemacht hier glaube ich und ich glaube ein oder zwei habe ich noch für euch und hier haben wir den abt 4 auf 4 auch rathaus 12 auf rathaus 12 und ich wollte die eigentlich auch erst machen und habe aber auch gedacht wie kässe hier oben billig vor allen dingen billig das rathaus mitgenommen mit billig meine ich mit wenig truppenkapazität also jetzt nicht hier vier golems rauf geschickt nur weil es das rathaus ist sondern er ja ein bisschen billiger nämlich nur mit einem ich glaube er hatte jetzt nur einem ein eis golem dabei das hat gereicht die für das rathaus und auch schon mal so ein bisschen fürs weg tanken auch hier wieder ihr seht das ein hund und ein baby drache jetzt hat er eine kurze denkminute von wann komme ich wo mit okay er kommt jetzt hier mit hox alles klar es geht mit hox weiter und es ist die ganze base steht ja noch da hinten ist ja nun rathaus weg und ein inferno und so ein bisschen da hinten ums rathaus rum mehr nicht also wird das ist das schon eine knackige sache und so wie er die hox jetzt geschickt hat da teilen die sich leicht so ein bisschen da oben sieht man es glaube ich gerade aber der baby drache es muss nur der baby drache kaputt gehen der verendet jetzt im gift sehr sehr gut gemacht hier gift geworfen und noch mal ein fries dann auf den baby drachen damit er im gift weiterhin bleibt er da war der war schon angegiftet das heißt also er ist dann letztendlich ja im rausfliegenden gift gestorben und der lavahund auch hier wieder okay der geht jetzt auf 40er worden aber sie selber der macht ja auch nicht so viel viel schaden ist ja eine tanktruppe und der viele trefferpunkte hat aber selber so gut wie kein schaden austeilt und so kann er hier seine hox wirklich super durch hüppeln lassen und damit hier eine große schweinerei machen 3x bögen hier noch mal aber sind die man natürlich alle nur punktschaden kein flächenschaden mehr jetzt in der base beziehungsweise um die base herum auch hier gehen die cleanup truppen schon und das ist die letzte defensive der tesla und danach geht es ans clean up mit hox mit magiern jetzt hat man natürlich mal sorge dass noch irgendwo eine falle ist die nicht ausgelöst wurde sowie da ja also noch mal eine sprungfalle und und man musste vor allen dingen mussten die magier hier so halbwegs noch durch durch die dicken mauern durch aber es sind ja die die party magier die haben machen mehr die machen mehr der match also sie haben eine größen wenn wir haben aber nicht so viele trefferpunkte und sind habt ihr in dem anderen video gesehen von mir die sind ein bisschen schneller als tanktruppen das heißt die überholen auch gerne mal aber hier hat das echt gut gemacht bauhütte noch und das lager machen die dann eben mal und damit sind das auch hier drei sterne geworden zwölf auf zwölf also ich muss schon sagen im oberen bereich da brannte hier nichts an außer die 99 hier so ärgerlich da brannte nichts an außer die 99 prozent hier so will ich es mal sagen da muss ich einfach zeigen gehört auch mit dazu also wir sind uns eigentlich auch dass sie ist eigentlich drei ständer geworden das war so ärgerlich muss man sagen denn einige oder 23 hatten diese base ich habe die da noch mal mit 77 prozent belegt mit der exakt mit der exakten truppe also auch einen kopierten angriff ja wenn jemand natürlich schon hier 99 prozent drauf baller da fehlt es ja irgendwo nur an ein prozent irgendein gebäudchen ist stehen geblieben hier mehr nicht und schön reingefandelt hier mit dem elektro drachen und queen und karre hatte auch schön gesetzt so dass die queen in heilung ist dann hat man 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 hat immer sorge vor allen dingen jetzt wo die truppen auskommen dass ein heiler switch beziehungsweise sind ja auch doch ein heiler switch stattfindet nämlich jetzt auf die ice golems findet aber nicht statt weil die queen immer noch schaden bekommt und solange wie die schaden bekommt bleiben die heiler erstmal darauf erst wenn die kurzfristig mal wieder etwas mehr beziehungsweise wenn die voll aufgeheilt gewesen wäre wären oder wären die heiler dann umgeswitcht auf die ice golems aber die sind jetzt weg außen jetzt mit ein paar minions noch die die minions aus dem lava und weg gemacht queen geht jetzt auch noch weg der inferno steht jetzt noch und hier hinten geht er jetzt gleich mit den hawks rein dann muss ich euch wieder fahr ich mal wieder ein bisschen raus denn ziel ist natürlich bei so einem queen charge dann auch gerne noch mal ein adler gerne noch der adler der dann weg geht aber noch springt die queen hier nicht richtung adler außen hat er schon mal zwei hawks gesetzt für den troll tesla der da außen stand und jetzt geht es hier oben mit king weiter die queen macht jetzt erst die clan book danach den adler endlich ist dann auch der feger mal weg denn er hat immer empfindlich die heiler weggefegt aber es wurden auch immer weniger heiler und die queen bekommt hier jetzt relativ viel feuer aber oben habt ihr gesehen geht schon mit den hawks los und die skelette aber perfekt gezündet hier der worten so dass die hawks hier vor allen dingen die dicke bombe noch mal überleben denn wenn du da dein worten nicht rechtzeitig zündest lieber ein sekündchen eher als ein sekündchen zu spät dann war es das mit deinen ganzen hawks denn die 1000 die die bombe noch mal an flächenschaden dahin legt die streckt dann auch oftmals ich würde fast sagen alle hawks nieder denn das überleben die nicht da die natürlich schon so ein bisschen angeschlagen sind und immer jetzt von den knabber den skeletten aber ich kann euch sagen ich weiß was hier liegen blieb und das ist auch ein problem haben wir dann am ende auch erkannt gerade wenn du mit hawks angreist die jetzt noch mal durch die ganze base müssen um nur eins zu machen die king platte hier mehr nicht nur die king platte da bleibt letztendlich stehen das schaffen die zeitlich nämlich nicht mehr die hawks hier die kümmern sich erst mal da unten nämlich um die skelette anstatt sie jetzt hoch zu reiten und der king macht dann alleine einen party magier nach dem nächsten kaputt das war so ärgerlich also nur die platte da oben ist liegen geblieben an den 99 prozent und wir haben dann gemerkt naja wenn du mit hawks angreifst dann musst du irgendwas vielleicht wenn du am king vorbei bist und der ist in der base muss irgendwas fliegendes haben aber wenn du natürlich auf der ebene hier jetzt wo der wo der worden ist irgendwas setzt dann denke ich mal löst da noch mal eine mine aus oder so also sehr unlucky hier aber trotzdem starker angriff vom mini hier und mit 62 56 geht dieser achte ck in reihe jetzt oder ging an uns ich glaube der gegner ich weiß gar nicht hat er alle angriffe gemacht doch fast alle okay der durfte dann wahrscheinlich gehen aber bei uns haben wir auch ein gehabt aber den immer noch nicht vom jochen den 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 status hier keine ahnung müssen wir mal erfragen was was da eigentlich war denn wenn einer wirklich nichts von sich hören und sehen lässt und beide angriffe nicht macht dann ist da irgendwas in der quere gekommen aber jeder hat ja auch noch in real life ich hoffe ihr habt auch noch in real life ich wünsche euch ein schönes wochenende wir sehen uns sicherlich in weiteren folgen clash of friends mit mir dem dorsten